Das war der Wörter raus und natürlich das Rennen allein mit dem Uhr, das es war, mit einer 15 Sekunden, Sie haben es eingangs gehört, bei Marc Huster geht jetzt Sie nie... Also jetzt sind Sie mal die Entscheidung um die letzten Meter Dresden! Haben Sie klar? Nein! Schmerz! 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 Es ist der Junge Natuk. Norwegen, Frankreich, Italien. Gleich dieructor... Wir sind neuernd vom Asperger hier richtig. Wir sind neuernd vom Nationalpark des Nationalparken. Die neue Regelung ist vom Wettbewerb des Meisters. Das erste Wind hier in Brix. Und jetzt lassen Sie die Serena entfliegen! Bei den Damen kam auf Rang 3, 3rd Place, Representing USA, Sophie Kavner! Representing Sweden, Bayer Darkwind! Kavner für Sieb! Kavner für Sieb! Konnetschmer, Kenntnis, Erkin-Yenboh und Tana-Falz! Also die Siegerinnen vom Bayer Darkwind, Ihrer Landsfrau und auch von drei! Dritter Platz. 4th Place. Repräsentant Franz Lukas Schöner Johannes Heslo Klemel Der junge Mann ist hier mit dem 2. Platz Und der Sieg Der 1. Platz geht an 1. Platz Repräsentant in Italy Schönerin Pellegrino W viendo das 14. Platz 14. Platz 65. Platz 75. Platz Vielen Dank.